Wir sind jetzt in Haus Nummer 5 für den Narkrax. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und wir haben eine Mission. Hier sollen nämlich unter die Treppe gucken. Die Herren waren nämlich letzte Woche hier und haben dort ein Bier versteckt. Und wir wollen jetzt gucken, ob das noch da ist. Ich sehe aber leider nichts. Es ist so doll. Und vor allem sehe ich kein Bier. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen rücken. Ja, aber ich filme doch. Hat jemand von euch ein Handy? Kann mir mal jemand eine Taschenlampe leihen? Oder ein Handy? Oha. Geh mal in die Ecke oder so. Oha. Okay, lass mich mal dahin. Nein, wir müssen das jetzt gemeinsam. Pass mal auf. Hier. Johnny, ich will lächeln. Dung, 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 dung. Darf ich mal dein Handy in die Hand nehmen? Damit man das sieht. Hier ist nichts. Nichts. Verdammte Scheiße. Wir sind umsonst den ganzen Weg gelaufen. Vielen Dank. Danke, falls es ist Haus. Haus 5. Da stimmt die Putzfrau. Ja, dann war das wohl nichts. Aber wir haben es versucht. Und noch einen lieben Gruß an die Jürgen Sabe. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020